Servus und hallo zu Teardown. Hier Mission komplett, das war ja letzte Mission. A new tool has been delivered. Okay. Und wo? Klettspray. Hab kein neues Tool. Ah, neues Tool. Ah, Flammenwürfe, okay. Gut. Neue Mission brauchen wir. So, was müssen wir machen? Tracy, need a coffee. Ah, ist okay. Marina, too small. Please, we are snooping around there. Und so weiter und so fort. Could you use your demolition skills again and remove one of the timeshare cabines? Making space. Okay. Irgendwas müssen wir kaputt machen. Making space. Room for Gordons, New York. Okay. Okay. Okay, Play Mission. Schauen wir mal. Required. Wir haben eins optional. Required ist einmal hier. Einmal hier. Optional ist da drüben. Boah. Äh, my room security fire alarm. Okay. Wollen wir halt einfach kein, keine Brände machen. Gutes. Ne, brauchen wir ein Auto. Äh, wohin? Geradeaus, links. Immer links halten. Bootychen fahren. Oder keinen mit dem Bötchen hinfahren. Oh, ich suchte Bötchen. Immer Bötchen fahren. Immer Bötchen fahren. Ach. Wir haben uns das schnellste Boot überhaupt ausgesucht. links wo steuern lässt sich gut ist nur nicht schnell hier kommen wir nicht lang die wollte doch wo ich da wieder zurückfahre da haben wir ein auto hin wenn jeder jemals ankommt stopp 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 woanders nach hinten sind schon sehr viele maschinen hier die auf und da hinten hin warehouse safe dump this into ocean okay aber natürlich ja ich weiß es ist optional nicht vom hauptdings gehörend ja mehr speed da komm mal die tür wieder rein nein komm wieder rein immer safe ins wasser hauen sollen brauchen wir nur wasser hinter hier hier macht es mal alles weg thump it into water ich war jetzt nicht so schlau ist meine treppe wieder hin feuer war kein feuer war nur die lampe okay ampel ist okay auch jetzt geht das ding damit viel zu blöd hier gas okay der wagen ist ziemlich kaputt keine ahnung wer den wagen hier kaputt macht hier mal umdrehen bitte da sind feuer fässer die könnten explodieren das wollen wir nicht da optional erledigt wieder zurückfahren ja da wäre eh nur der bagger ding gewesen wo sind meine hauptziele einmal das skate mobil und zweimal ganz ganz weit weg ich habe meine schnellste fahrzeug ausgesucht jetzt nicht unbedingt schneller aber es macht schneller mehr kaputt so hin hier hier dieses haus guten tag soll ich die tür einbauen da da kommt bring halt darauf ist das teil ja es soll ins wasser okay und das ist schon mal da ist wasser okay dann wir hier mal ein bisschen auf drehen wir hier mal ein bisschen auf und so an die hierhin gibt es da keine die wo näher wir jetzt wieder so weit zurückfahren aber jetzt glaube gar keine lust dazu wo bin ich jetzt hin continue ok dann schlägt man halt das richtung wasser lässt er überhaupt nicht ziehen da hinten haben wir auch wasser weg wieder wieder rauf bitte also leute gut da ist gleich büten so bötchen da müssen wir hier okay hoffentlich kann ich da unten durchfahren aber ich hoffe mal oh so schnell dann einwand frei ohne probleme geradeaus so 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 wenn wir hier einfach mein boot ist kaputt egal es steht auf stilzen das so 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 klein so klein aber klar funktioniert zwei meter zu hoch so 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 das so 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 bisschen länger der folge wurden glaube ich willkommen und so vielen dank fürs ansehen das war schon wieder wer was tschüss bis zum nächsten mal